Und damit herzlich willkommen zurück zu Borderlands mit Freddy White und Kishi Black. Und dem Doktor. Dem Doktor Fisch, der hier rungjumpt. Aka am Mäuschen. Warte, warte. Feuer, versteig mich, reite mich. Das sieht wirklich aus wie... Schlag zurück, Kishi. Werde ich. Komm, jetzt los. Ja, drin rein da. Ich wollte eure Gebalze da nicht unterbrechen. Um Gebalze. Rumgebalzt sagt er, einfach gleich wieder in Sex. Ich glaube, es ist wie letztes Mal. Ich wette, es stützt ab. Das ist jetzt fünf oder sechs Wochen später. Moment, ich muss noch kurz meine Uhr abmachen, weil mir die hart auf Eier geht. Und das nur wegen Kishi. Wo hast du die Uhr angebracht? Den Eiern. Ja, ungefähr da. Ja. Wir haben keine Abwehr wie Borderlands Funktion, das sind wir ins Kishi nicht. Und ich habe einen unglaublichen Muskelkater. Was macht das hier? Ach ja, das war so ein Autoding. Wir sind zu langsam. Kishi. Kishi. Spawnen, Mons. Wir fahren einfach zurück nach Firehouse. Ah, jetzt werde ich auch ziehen. Ihr Ficker. Ihr habt mich einfach sitzen lassen. Ich bin da schnell wegfahren. Ja, wir waren hier gerade nur in den Arid Hills, glaube ich. Und da haben wir Mohan Mali getötet, was ja ein ziemlicher Kampf war letztes Mal. Und dann sind wir hier dagegen gekommen. Alter, ich kann kaum die Maus bewegen mit meinem scheiß Krampf. Ähm, mit meinem scheiß Muskelkater. Das glaubst du nicht. Wolltest du uns sagen, Krampf? Kannst du einen ausschalten probieren? Ich kann meinen Arm gerade nicht ausschalten, danke. Kann irgendjemand bitte Klapp töten? Ich hab überlegt, ob wir einfach einen Mod installieren, der das macht. Wollen wir hier einfach mal den Text lesen bei den Aufträgen hier in Borderlands 2? Nein, bei den 2 waren ganz lustig. Hier sind wir ausgezeichnet. Mit dieser Bezahlung erklärst du dich einverstanden, dass mir die Ehre für das Töten dieser Monster gebührt. Die Frauen in Sanctuary werden beeindruckt sein. Sanctuary? Denkst du bitte. Kämmen wir da irgendwoher? Ja, ein bisschen, ne? Hier steht keiner, wovon wir reden. Ja. Ich bin echt kein Borderlands-Spieler. Du hast die Teile gefunden? Ja bitte, sie ist für den Kampf bereit. Viel Spaß. Schockriss-Teilante, ja, die müssen wir noch machen. Wollen die als nächstes nochmal eigentlich? Die haben übrigens ein Artefakt, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich zum Beispiel? Du lest es da. Okay, eine Metaleffekte. Was ist das? Damit schockst du Gegner, kannst sie korrodieren, kannst sie Feuer, also anzünden. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Feuer-Action-Skill bekommen, das heißt mein Bloodwing, also mein Vogelie, mein Action-Skill macht jetzt dann noch Feuer-Schaden. Ich weiß nicht, was du bekommen hast. Cool. Wo steht das? Das siehst du dann wahrscheinlich, das ist so ein Symbol. Ich gucke gerade nach. Weiß ich nicht. Das ist Artefakt. Ich weiß nicht, aber wie. Okay, mach mal ein Inventar auf Tab. Da müsstest du irgendwo Artefakte haben oder Artefakte. Waffenfertigkeiten, bla bla. Wahrscheinlich. Ich habe sie jetzt erstmal aktiviert. Was bist du denn? Es ist direkt eine Waffe bei mir gewesen. Ja, bei mir auch. Äh. Inventar-Upgrade? Ich habe ein Inventar-Upgrade gekriegt. Das haben wir, das haben wir ausgespielt. Da, Brand-Artefakt habe ich gekriegt. Ja, ich auch. Wir haben uns allen Brand-Artefakten, das heißt, wir sind cool. Ich bin ja auch noch gelevelt. Gerade eben. Moment. Du bist jetzt 1-Level. Alter, ich bin fast level. Okay, du bist wahrscheinlich auch schon wieder ziemlich weit. Oh. Ich bin schon wieder fast level. Dritter Strich. Dritter Strich. Nee, fehlen jetzt nur drei Striche. Was bist du denn? Ich bin mal im letzten Strich. Oh, das ist Combat-Reffel-Munition. Tschüss. Heiner. Heiner. Ich bin festgefahren. Kirschi, schieb mal an. Das scheint nicht zu funktionieren. Was ist das? Warum ist das rot? Was ist, was, wo, wie? Hä? Das ist was markiert. Wer hat das markiert? Ich wahrscheinlich versehentlich. Wer wie? Hä? Wer hat was für mich markiert? Das sind so ein Killer-Bandit. Ja, nee. Ich glaube, das geht nicht so leicht raus. Oh mein Gott. Was? Gegengeschlagen. Ist gefallen. Hör doch, ich möcht's drehen. Kirschi, Kirschi, komm mal her. Kirschi, komm mal her, du fährst. Bist du. Da bist du. Okay. Ich hab keinen Bock. Ich lass mich heute rumfahren. Ja, ne, Stichigung. Ich würd nie wieder laufen, ich lass mich rumtragen. Okay, viel Spaß. Dann machen wir erst Minentau-Ausschlüsse, würde ich sagen. Dann müssen wir nachfragen. Nicht Minentau-Ausschlüsse, sondern die Schock-Kristalle, weil die Minentau-Ausschlüsse aus die Haut-Quest, die wollen wir noch nicht direkt machen. Weil wir wollen das Spiel komplett aus, 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 ausdüngen. Aus, auskosten. Und jeden einzelnen Tropfen daraus rauspressen, damit unsere Zuschauer keinen Grund mehr haben, das Spiel selbst zu spielen. Du meinst, wie aus meinem Schwanz? War, was? Ja. Ich will da mit reinfahren. Danke, hast schön vor mir gepackt. Bitte, dein Auto ein bisschen umgeworfen, so. War jetzt nicht so unbedingt abgehoben. Ich werf dich gleich mal um. Versuch's. Bin gefallen. Ich hab jetzt übrigens entdeckt, ich sollte mich im Hintergrund halten. Ist mir so immer aufgefallen, während ich gezockt hab. Oh, hi. Was? Wie heißt die Hintergrund? Krabwummerwurmlawe. Was? Krabwummerwurmlawe. Krabwummerwurm. Oh, ich hab falsch gelesen. Also irgendwie one-hatt' ich die, one-hatt' die dir auch? Ja, die sind ziemlich schwach. Was weiß ich denn? Obwohl ich glaube, was die von unten sind. Oh, oh. Oh, ein healing-shield. Oh, ein krasser-shield, Alter. 149, äh, 174. Mit Feuerresistenz. Was? Ach, das sind Kristalle. Oh. Hier, ich stehe mal daneben. Oh, what the fuck. Macht das keinen Schaden? Nicht wirklich, ne? Ne. Was ist das? Ich bin der Borderlands 2, wo diese Teile Schaden machen. Und davon müssen wir ganz viel zerstören hier. Oh Gott. Das bringt ja Unterhaltsam. Irgendwie mach ich denn nicht so viel Schaden. Ich auch nicht wirklich, ne. Warum nicht so. Ihr müsst von unten treffen. Ihr müsst das für euch dann reinziehen. Ich brauche auch Katscher von euch. Okay. Ich bin gelovellt. Ja, stimmt. Bei Crit-One-Hit-Mann-D. Ich bin halb-Half. Hälfter. Du bist Hulk Hogan. Guck mal, hier sind, hier sind Klingenblumen. Samen? Ja. Oh, Samen. Samen. Immer gut. Verreckt. Ich bin ja auch niemand XP, der Brotler. Verreckt. Du Brotler, verreckt. Ja, die sind irgendwie ziemlich... Verreckt. Der Brotler. Alter, die geben ganz schön viel XP. Ja. Ich hab da gar nicht aufgepasst. Das ist ja kein Rollenspieler, Gigi. Ja. Das ist mir so scheißegal. Das ist dir nicht. Da handelt das Spiel wie ein Shooter. Das ist ja auch ein Shooter. Das ist ja auch ein Rollenspiel-Shooter. Ja. Aber es enthält das Wort Rollenspiel lassen. Und du kannst Kriegs kaufen. Ja, das ist eine coole Sache. Da liegt eine Waffe rum. Ein Sniper, die relativ gut ist. Sogar 61. Mach was. Nein, dann nimmst du dir Mäuschen. Nein, ich hab voll. Gigi, du sagst jetzt auch Mäuschen. Du hast es angefangen. Selbe Schuld. Ja. Ja. Schocksgeck. Ja. Oh. 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 Ich hab ihn angezündet. Passiert hier. Der knallharte Schocksgeck ist tot gleich. Freck. 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 Wie sieht es aus eigentlich? Wollen wir uns alle vier... Einfach dieses... Diesen Shooter kaufen? Von Tom Clancy? Da ist noch einer. Da ist noch ein knallharte Schocksgeck. Ein Online-Shooter, der als... Rollenspiel umzusetzen ist. Äh... Das klingt nicht besonders gut. Was? Also... Rollenspiel... Es ist ein Tom Clancy-Shooter. Ja, Tom Clancy ist geil. Das weiß ich. Der Shooter hat eine extrem nice Grafik. Und kommt 2016 raus. Welche? Mach auch gut. Ja, der von dem wir eben schon geredet haben. Also... Also... Der Wisch ist doch schon raus. Nein. Das ist mir heiß, Alter. Ich glaub schon. Nein. Alter, geh weg. Voll die Typen haben die In-Gang-Grafik. Ich hab auch so einen In-Gang gesehen. Die In-Gang-Grafik... Äh... Mit der... E3-Trailer-Grafik. Also... In-Gameplay-Grafik. Ich dachte nicht. Wieso das scheiße sein? Also ich weiß nicht, ob was draus ist. Das ist wahrscheinlich nicht so... Aber... Alter! Ich hab keine Munition mehr. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich hab keine Munition mehr. Danke. Boah. Ich muss die Kirschi grad helfen zweimal. Der Pisser, Pisser, Pisser. Aber ich hatte den knallharten Schocks-Gag. Er ist tot. Ja, und ihr hattet den knallharten Feuers-Gag. Ich hab keine Munition mehr, Alter. Das ist ein richtiger Abfuck. Hey, wieso? Wieso? Oh oh. Mann, weil ich hart viel Munitionsverbraucher. Komm her! Pisser! Wackel die Scheiße, lass dir raus! Ich hab mal nur Ultima machen sollen. Oh, du Feuerschaden auf deinen Fäusten hast. Oh. Wat? Ich bin heiß. Hast du euch gar nicht aufgepasst bei dem Teil, was dir erklärt hat, das Artefakt? Ich wusste nicht, dass es auch für meine Fäuste gilt. Es ist für deinen Actionskill. Das sind deine Fäuste. Oh. Geile Scheiße. Erotisch. Erotisch? Erotisch. Der Erotisch. Oder Emotisch. Hier liegen Waffen. Ich lasse sie auch, wenn du sie haben willst. Ich lasse sie auch, wenn du sie haben willst. Ich lasse sie auch, wenn du sie haben willst. Sie gut? Sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Wie viel Schaden? 175. Das ist ziemlich gut. Nehme ich. Shotgun. Shotgun! Kishi, Shotgun hab ich gesagt. Ne, die Shotgun ist meine. Du kannst die Sniper haben. GG. Alter, die ist extremen. Also, ich hab ja schon eine gute Folkerei mit Sniper gehabt. Aber die ist nochmal. Oh, das ist geplant. Auf dich hältst du da fetzen. Das ist illegal. Gar nicht wahr. Nächste sagst du mir noch, dass Sodomie illegal ist. Geht's aber an, hier. Kannst du mal töten? Ob du dich wieder mit dem musst? Ich bin dabei. Danke. Geht ihr aus Vulti? Ja. Also, das hab ich Vulti. Geh mal hin. Aua. Piss dich. Du dich auch. Du kannst dich gleich versetzen. Ja, das wird jetzt halt. Ich bin auch immer wütend. Ich hab nix mehr zu zerschlagen. Ne, scheiß aus dir raus. Scheiß. Diamantenkristallen. Scheißling. Du musst übrigens 50 von diesen Kristallen holen. Boah, wie anstrengend eine Ulti einfach ist. Das Spiel ist vor allem so laut bei mir auf den Ohren. Und ihr nicht. Ihr seid richtig leise und das Spiel ist richtig laut. Bei mir ist das eigentlich so ausgeglichen. Aber ich mach's glaube ich auch mal ein bisschen runter. Wo ist denn die Sniper? 175. Oh mein Gott, Alter. Meiner hat 72. Aber nicht 72, sondern nur 72. Von den anderen Stats her, welche hatte ich vorher? Hier oben ist ne Waffenkiste. Mit einer MP für mich. Die relativ gut ist. Explosionsschaden. Die ist einfach in jedem Punkt besser, Keshi. In jedem. Gut, dass ich dir das gesagt hab. Ja. Ach, die meine Medikin. Ich verrate, kippt sich dabei nichts. Mein Gott, wir müssen dir noch ein Dingshelfen. Noch ein Claptrap. Nein. Ja, warte. Warte erstmal. Wir kriegen dafür Trapgrades. Inventant Trapgrades sind super. Das heißt, wir können mehr Waffen abgetragen. Noch mehr Waffen. Ich hab' mir jetzt noch ein MP ausgerüstet. Oh ne, schon wieder. Achso. Oh fuck. Ich hab's jetzt gerade gar nicht mitgekriegt. Äh, wer? Oh, da ist er noch. Ein Wichser. Pisser. Wir haben nur noch sieben Minuten. Okay. Und das Spiel lag gerade bei mir. Ein bisschen. Geh mir ran. Fischi, Hilfe. Oder Fischi, Hilfe. Äh, wo bist du? Direkt hinter dir. Oh, da. Einer. Stop, mate. Stop. Bin gefallen. Fisch, Hilfe. Ich hab' nicht gesehen, dass du schneller stirbst. Was? Das Wiederbeleben stoppt nicht? Wie ist Wiederbeleben stoppt nicht? Das Wiederbeleben stoppt den Sterbedingens nicht. Nicht so wie in Borderlands 2. Ah, ich bin gefallen. Doch, da ist's. Nein, stoppt's nicht. Doch, stoppt es. Nein, du bist gerade trotzdem genauso schnell gestorben. Ja, du hast mich noch nicht geheilt. Doch. Nein. Sieht man in meinem Video. Ja, ich meinst du, was du nicht gemacht hast. Danke. Kirch, du sollst dich mal ducken. Ich soll's mal nicht... Oder wenn du ne Ulti reinhauen. Ja, doch. Stimmt, was zum Teufel ist jetzt passiert. Insta-Kill. They insta-killed me. Ja, das passiert, wenn man zu häufig stirbt. Borderlands 2 auch. Das reicht's. Du holt die ins Spiel. Na los. Wo ist der andere? Da ist einer. Ah, du bist mir geschützt. Ich brauche so richtig wenig Munition, Alter. Ich brauche ganz dringend Speicher-Deck-Upgrades. Oh, das bist ja du. Sorry. Ich stehe direkt vorhin und schieße mir ins Gesicht. Ja, hier liegt ne Mediampulle. Hier liegt ne 26er Shotgun mal 12. Oh, das klingt erotisch. Ja, hier, Kirch, hier ist auch noch eine. Die hat, ich glaub, 32 mal 9. 32 mal 11? 32 mal 9 ist auf jeden Fall... Ich will die mitnehmen. Hier liegt ne 32 mal 9... Äh, mal 11. Okay. Aber da werden noch self-projektile abgefeuert. Wenn ihr rauswerfen? Also, ich würde dann, glaub ich, doch die Pinke nehmen, die Kirch. Die dann, meine ich, nicht die Pinke. Die macht halt weniger Schaden, aber... Boah, ist das Combat Rifle gut, Alter. Ja? Ja, in jedem Punkt besser als meins. Hat meins weggeworfen. Ich bin jetzt auch ein Combat Rifle, aber ich hab die erstmal gelassen, weil ich hab ja schon ein gutes Combat Rifle gefunden. Ich bin gefallen. Ja, was ist das? Okay. Die werf ich auch raus? Äh, Shotgun auf die Shotguns. Wo ist die andere Shotgun? Help anyone? Wo bist du? Da bist du. Ich komme. Hallo. Ich muss mal ganz kurz meine Mausempfindlichkeit runterstellen. Das ist nämlich richtig mies. Wo liegt die komische Mega-Stuf-Punkt, von der ich redet wurde? Die hast du doch. Ah, hier. Okay. Wutterschön. Okay, die ist irgendwie nicht so nice. Oh, die sind 33 mal 12. Da ist ein lila Granaten-Mod fallen geworden. Das war immer so ein Ausfall gelassen worden. Ich bin fallen gelassen worden. Nee, Freddy ist fallen gelassen worden. Boah. GG, hast mich getötet. Ich wollte töten. Ja, hilf mir doch. Du bist gerade den Fein getötet, den ich getötet musste, um wiederwürdig zu werden. Ich kille gerade die Leute um dich rum. Ich werbe dich nicht, da. Hier ist er. Hier ist er. Das ist die Fakt, ihr legt. Money. Boah, die ist richtig schlecht. Der Granaten-Mod ist geil. Eine Transfusion sogar nehme ich sogar mal. Geld, Geld, Geld. So viel Geld für uns. Wie bei Rich Kids, Nigga. Nein, Rich Kids ist scheiße. Okay. Ist ein Album von K1. Was? Rich Kids war doch ein Album von K1. Nein, zum Glück kenne ich das nicht. Ja, hast auch nichts verpasst. Ist ja nur von K1. Ja. Schwuler Bastard. Nichts gegen Schwule, aber gegen K1 schon. Aber K1 ist auch eine Snitch. Ja. Eine dreckige kleine Snitch. Das erinnert mich immer an. Jemanden. Ja, an mich auch. Philipp Eder. Aka GTAVC, Aka WiiO. Oder wie der Spaß doch immer heißt. Keine Pissei. Ich musste so ein bisschen kotzen, als ich das letzte gesehen habe. Der Wannabe-Parkhaus-Opfer-Ficker. Der ist ein Wachenkirch. Wir haben noch 2 Minuten 44. Oh, das ist eine coole Sache. Benutzt jemand MPs von euch? Ja, ich. Aber wie gut ist die? 50. Wow. Warte. Ich würde auch gerne eine haben. Du kannst meine, Alter. Vielleicht haben die mit Explosionsschaden. Wo ist die? Das ist mein Alter. Vielleicht habe ich aber auch die neue nehmen. Pisser. Kishi, hätte ich auch einfach deinen Sniper nehmen können. Bedenk das immer. Ja, ich hätte mir einfach deinen Combat Rifle nehmen können. Ich hätte einfach Kishi's Shotgun nehmen können. Wo liegt denn die? Ich bin ein sozialer Mensch. Alter, hier liegt ein Sniper-Artist-Shades, okay. Hier liegt Munitionszeug für Pum rum. Wo liegt der Scheiß? Da hinten. Shotgun. Shotgun auf die Shotgun-Money. Also wenn, dann würde ich auch nur die neue nehmen, weil so dringend brauche ich jetzt keine, aber der hat schon gar die Black-Waffel-Server, aber mein Combat Rifle ist mir total auch gut genug. Wollen wir schon mal weiter? Wir haben das nur zwei Minuten, oder? Ähm, ja. Okay. Wollen wir schon mal in die Richtung hin gehen. Moment, 29. Ja, du kannst die hier haben, wenn du die haben willst. Oh ja, definitiv. Okay, jetzt hat er sie genommen. Okay, das ist ja meine. Dann gib mir deine und ich geb dir die. Ich hab nicht mal eine, das wollte ich ja auch haben, du bist da. Oh mein Gott. Aber ich brauch die nicht. Oh mein Code. Okay. Oh Gott, ich will keinem Claptrap helfen. Müssen wir aber, dann kriegen wir Updates. Boah, ich brauch ganz dringend ein neues Claptur. Ich kriege ja so schön Revolver-Munition und jetzt ist mein Revolver wieder fast voll. Ich brauch... Wir haben hier nicht schon? Ich brauch ganz dringend MP-Munition, fällt mir grad mal auf. Ne, oder nicht. Oh, da ist ja ein Skag. Ich sollte mal nachladen in den Feuerpausen. Fuck, willkommen, wer ist das denn der Pisser? Der Alpha-Skag, meinst du? Ja, der deckt ein Pisser eigentlich. Den hab ich nicht gesehen gehabt. Er ist verwirrt. Das ist ja nochmal... Oh, fuck. Freddy, mach mal ne... Mach mal ne Granate ran. Ne, am besten auch in den Typen. Hör auf. Ich hab den gefallen. Ja, was soll ich machen, wenn der... Das Granate-Projekt wegbringt. Ich hab gleich kein verfügbar. Wenn ich den Skag auf Bett... Wer kriegt dann schon mich nicht überlegen. Gut gemacht. Den hab ich nicht... Kann mich irgendwie mit Lager. Jetzt nicht mehr. Fuck. Ich war doch grad in dir. Okay. Also ich hab den Typ auch nicht weit weggeschossen, der da... Der Timer klingelt. Das heißt, wir killen jetzt noch die Skags hier. Ja. Und ich mach den Timer schon mal aus, weil der mir hart auf Eier geht. Ja, dann würd ich sagen. Wir machen jetzt einfach den Part-Ende und machen den mal weiter auf. Genau. Bis dann. Tschüss. Hau rein, tschüss. Hau rein, tschüss.